Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger aus dem schönen Landkreis Hersfeld-Rotenburg, ich darf Ihnen alles, alles Gute zum anstehenden Weihnachtsfest wünschen und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein Jahr, in dem Sie hoffentlich all das, was Sie vorhaben, verwirklichen können und zu all dem ist notwendig Gesundheit und die wünsche ich Ihnen von Herzen. Und ich hoffe sehr, dass Sie die SPD bei all dem, was die SPD jetzt vorhat, unterstützen werden. Sie können auch Mitglied der SPD werden. Darüber würden wir uns sehr freuen, denn in 2021 steht Kommunalwahl an und dafür brauchen wir viele Kandidatinnen und Kandidaten und Sie sind eingeladen, uns zu unterstützen, indem Sie entweder auf die Liste der Sozialdemokratie sich vielleicht stellen lassen oder indem Sie der SPD mit ihrer Stimme Unterstützung geben. Alles Gute nochmal fürs neue Jahr und ein schönes Fest. Dankeschön.